Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kreativzeit mit Elna. Erfahre in diesem Video, wie du den Paspelfuß für die Overlock korrekt anwendest. Die Paspelfüße für die Overlock sind im Set erhältlich, sodass du verschiedene Paspelbreiten verarbeiten kannst. Hierbei ist die Breite der Kordel gemeint, die am Rand der Paspel für einen plastischen Effekt sorgt. Der Paspelfuß 1,8 Inch ist für Paspeln mit einer Paspelbreite von ca. 3 mm und der Paspelfuß 3,16 Inch für Paspeln mit einer Breite von ca. 5 mm. Die im Fuß integrierte Rille verhindert das Verrutschen der Paspel und verhilft dir zu einer professionellen Verarbeitung. Teste vor Beginn, welchen Paspelfuß du für dein gewähltes Paspelband benötigst, indem du es in die Rille einlegst. Entferne nun den Standardfuß deiner Overlock mit dem einfachen Klicksystem und bringe den gewählten Paspelfuß an deine Maschine an, indem du die Nut des Fußhalters in den Stift des Fußes einrasten lässt. Wenn du zuvor schon eingefädelt hast, achte darauf, dass deine Fäden nicht eingeklemmt sind und frei unter dem Nähfuß liegen. Lege deine Paspel unter den Fuß, sodass der erhöhte Teil der Paspel nach links und das Paspelband zum Messer der Overlock schaut. Achte am Anfang darauf, dass ein paar Zentimeter der Paspel hinter dem Nähfuß liegen. Schneide die Paspel für die Verarbeitung immer etwas großzügiger zu oder verarbeite direkt die laufenden Meter am Stück. Die Paspel kann zum Schluss einfach passend abgeschnitten werden. Senke den Nähfuß. Die Paspel läuft nun direkt in der Rille des Fußes entlang. Lege dein Nähgut mit der rechten Seite nach oben unter die Paspel, hebe dafür den Nähfuß etwas an, schiebe nun dein Nähgut ein wenig unter den Nähfuß und senke diesen ab. Nachdem Stoffkante und Paspelband bündig aufeinander liegen, kannst du mit dem Nähen beginnen. Achte stets während des Nähens auf die Paspel- und Stoffkante und richte beides immer bündig aus. Wenn du wissen möchtest, wie du eine elastische Paspel für einen perfekten Halsabschluss oder Ärmelabschluss verwenden kannst, dann schaue dir das passende Nähtechnik-Video auf dem Elna Deutschland YouTube-Kanal an. Lege am Ende deine Paspel einfach zur Seite und nähe über die Paspel raus oder du schneidest deine Paspel mit etwas mehr Länge ab und nähst über das Paspel-Ende hinaus. Um eine korrekte Nahtzugabe einzuhalten, kannst du auch deine Stoffkante einige Millimeter über die Paspelkante überstehen lassen und während des Nähvorgangs abschneiden. Auch hier muss der Stoff immer wieder an das Paspelband angepasst werden. Ein leichtes Dehnen der elastischen Paspel am Halsausschnitt bewirkt ein professionelles Ergebnis. Deine Paspel ist nun gleichmäßig angenäht und die Kanten wurden professionell versäubert. Ganz einfach, ein perfektes Ergebnis. Natürlich kannst du eine Paspel auch direkt zwischen zwei Stoffe einnähen. Dafür legst du die Paspel zwischen beide Stoffe, die sich mit der rechten Stoffseite anschauen, wie hier gezeigt. Du kannst die Paspel vorab mit Klammern fixieren. Hier wird eine nicht dehnbare Webwarenpaspel mit einem Baumwoll-Webwarenstoff und dem 1,8 Inch Paspelfuß verarbeitet. Lege dein Nähgut an den Fuß, hebe diesen wieder ein kleines Stück an, schiebe dein Nähgut etwas unter den Fuß, senke ihn nun ab und fixiere somit den Stoff und die Paspel. Ertaste die Position der Paspel mit deinen Fingern. Diese muss exakt in der Rille des Fußes verlaufen. Nun kannst du mit dem Nähen beginnen. Bei einer Rundung kannst du die Paspel vor mit ein paar Knipsen einschneiden, wie hier gezeigt. Jetzt lässt sich die Paspel ganz einfach in Form legen. Webbare neigt zum Ausfransen, daher ist es von Vorteil, dass die Stoffkanten beim Annähen der Paspel direkt mit versäubert werden. Das Paspelband ist auch hier gleichmäßig und exakt eingenäht. So kannst du wunderschöne Effekte in deiner Kleidung, Home Accessoires und vielem mehr zaubern. Wir wünschen dir viel Spaß beim Paspelnähen. Elner Zubehöre erhältst du bei deinem Fachhändler. Ob es dieses Zubehör auch für deine Maschine gibt, erfährst du auf unserer Website in der Rubrik Zubehör. www.einer-nähmaschine.de www.einer-nähmaschine.de . Untertitelung des ZDF, 2020